Musik Sasuke Kunz Rache Aktion Es steht 1-1 unentschieden Ja, das letzte Rennen wird entscheiden und das findet im Regenbogen Boulevard statt Jetzt bin ich mal gespannt wie es aussehen wird Ich selber finde die Strecke wunderschön, also vom Ansehen her, aber vom Fahren hasse ich sie Und so wunderschön, aber riskant Tschüss Tschüss Bis später Ich sage mal Tschüss Komm zurück, ich kacke die Arse Und ich finde die Musik geil Wirst du? Die Dauern Oh du Oh Gott Juuu Die Bahn ist er gerade Er ist nicht erratet Oh Ah, nein, 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 nein Was war das? Das war Sparta Madness Sparta Madness Ah, nein Schmeiß das noch weg Shit Spawn me Oh nein, you kidding me Oh nein You kidding me, right? Verdammt Colonel Oh, das ist, das, das sieht irgendwie aus Oh nein Colonel, you kidding me Wer ist der andere nochmal bei Snake? Welcher? Hier, ähm, nicht, ähm Ah Ocaron oder sowas? Ocaron, genau Ocaron Genau Gotcha Ocaron Ocaron So Bye bye You will feel the power of Sparta Ocaron Can fire Can fire Ring of fire The ring of fire The ring of fire die Do 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 Shit Cheers wo auch ich bin ich aber auch die strecke ist ganz schön lange ist nicht so lang deswegen haben wir dem auch ganz ein eigenes video gewidmet ich habe diese strecke aber ich finde sie gleich geil oh nein nicht schon wieder oh nein ich halte dich einfach rein ring of fire du hast noch ein ring an meine eier oh nein ring an meine eier hast du deine feierwelt hätte ich dir mario mal weg im moment sein mario hana mario hana genau geht jetzt gar nicht wäre das jetzt hier braun und schön nein bitte nein ohhh turbo boost nein aber die war ganz schön fatal hast du diese stage die ist so schwer aber gleichzeitig findest du die cool ich find sie cool ich find dieses ah nein das design ist aber cool aber das design ist obergeil wie es aufgebaut ist dieses stage ist so schwer hauptsache kann man so ein match gut bei einem unentschieden hellooo fuck leggy piece of shit oh yeah oh ne ne ey das ist echt nicht oh das ist echt fies du kannst nicht runterfallen ne ja oh warte mal was ist denn jetzt los hier denn das oh ne das ding schlägt dich einfach mit das ist voll geil ja sofa dann hab ich gesagt ach ja kitty bowser pilz er hat schon wieder ein magic mushroom mushroom er hat ein mushroom maschrum 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 und schon wieder ein biographical maschrum 我想 maschrum my ein geiler sounder geile stage aber scheiße kann sich das vorstellen dass ja auch spiegel zu fahren an der jahr spiegel spiegel kap alles spiegel verkehrt also nicht dass wir jetzt denken wir fahren auf dem dach weißt du es ist jetzt nur wo ich jetzt hier rechts rum erliefen vor der freizei von der ich hier schon so lange an die strecke gewöhnt hast auch nahe es ist gleich schon wieder kaum glaube ich die krache schon an von sich nicht weiter Ich hab's einfach gesichert. Nein, 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 nein! Fahr zu, fahr zu, Baby Luigi und Baby Bowser! Nicht Shopee! Nicht Shopee! Feuer! Nein! Feuer fail! Nein! Doch! Nein! Halt mal kurz an, ne? Ja, ich halt mal kurz an. Ja, du wirst mal kurz. Ja, ich warte einfach mal auf dich. Ja, mach mal. Könntest du mal gleich warten, ne? Willen wir schon mal ein Kakao werden, wenn die Klasse ankommen? Ich hätte über Kappuccino. Ein Kakao. Eine Kakao. Also darfst du dich nicht wundern, ich trinke schon ein Cappuccino, wenn ich gleich an der Zylindere bin. Oh, nein! Gibt's auch irgendwie so ein Teil, das sich komplett lehnt oder so? Und mich vernichtet? Du bist so ein... Renn doch gleich durch die Zylindere, das macht mich... Was der Helle war das? Dein Panzer war das! Okay, okay, das sieht echt gut. Das nächste Mal wird's anders aussehen. Das war Sasuke's Revenge. Ja. Wird er beim nächsten Mal seine Rache bekommen? Das sehen sie immer anders. See you next time in the next episode of Mario Kart Double Dash, Sasuke's Revenge. Bis dann und reingehauen. Genau, das ist mein Ding auf Game 1. Okay, see you next time. Okay. See you next time in